Da ist ein Katzavan, da ist Reverto, aber wo ist der Novize? Das sieht nach einem Gebäude aus, Junge. Hier haben mal Leute gelebt, das ist echt cool. Wir haben bestimmt was zurückgelassen, untersuchen wir mal die Ruin. Ich gehe erstmal zum Katzavan. Okay, finden wir hier was. Ist das das Wandbild? Ne, das ist überall. Das ist so ein Rathalos oder sowas. Da ist der. Den habe ich überall gesucht. Ja, mit Monstern auf dem Rück von einem Monster mit anderen Leuten reden, das wäre schlecht. Er hat niemals erwartet, so etwas zu Gesicht zu bekommen. Es ist herrlich, ein Autor zu sein. Hm, es scheint hier keine Wandbilder zu geben. Sollen wir weitergehen? Das Wandbild nicht vom Intro sogar. Da war doch ein Wandbild. Mia, hey Blut, da drüben ist etwas. Wie zu spät, was ist das? Das war ein wunderschöner Stein. Ja, und da ist noch das Wandbild dahinter. Oha, könnte das Räder ins Gruft sein? Räder war der erste Rider, der seine Vorfahre nicht war? Oh, ich rieche etwas hinter den Ranken. Sieh mal her. Sieh mal, hier ist es. Das Wandbild von Redan. Jawohl, gute Arbeit, Blut. Du Ordner, Viru. Nur eine Kleinigkeit für jemanden wie mich. Schnur, sieh mal, hier steht etwas geschrieben. Das ist genau wie Lilia meinte. Es handelt ausschließlich von Redan. Sieh dir das mal an. Regenner von Redan. Mein Schwanz wird ganz kribbelig. Aufgewacht im Welt und Land ist das schwarze Pesthaus gewandt. Der weiße Drache kam aus dem Baum. Okay. Und wie zweier Brüder zu einem sich ein, wird ein einziger Jäger als Räder erscheinen. Ein Ort der Bindung erhält das Licht. Lichts, ein leerer Ort aus der Pesthaus, nichts. In dem Pesthaus geboren, das schwarze Grauen verbreitet sich. Himmel und Erde, der Fensternis wich. In einer vom Pesthaus dunklen Welt erscheint und gerufen, ein Retter, ein Held. Weiter, empor auf einen weißen Drachen, zerreißt den Himmel mit lautem Kraken. Vertreibt den Pesthaus mehr und mehr und stellt das Leuchten wieder her. Der Pesthaus soll ewig vertrieben werden. Vom Rider erbringe uns Friede auf Erden. Hm, interessant, sehr interessant. Wird einstiger Jäger als Rider erscheinen? Hiran war einst ein Jäger, der Rider-Fähigkeiten erlernte. Er ging die Bindung mit einem weißen Drachen ein und rettete so die Welt. Oh, oh, Moment mal. Willst du etwa damit sagen, dass du das verstehen kannst? Und ein Jäger ein Rider wird? Das ist so absurd wie eine appetitlose Katze. Nicht so voreilig, Naviro. Ich denke, sie könnte recht haben. Lute hat sich mit der Uretha verworben, lange bevor er ein Rider wurde. So könnte es doch für jeden möglich sein, Rider zu werden. Jäger und Rider. Selbst wenn sie jetzt verschieden sind, so waren sie doch einst ein und dasselbe. Oh, das hört mich um. Beide leben mit Monstern in respektvollem Umgang. In dieser Hinsicht sind sie gleich. Dennoch gibt es etwas, das ich immer noch nicht verstehe. Wer oder was ist dieses schwarze Grauen? Welche Bedeutung haben diese sieben Sterne auf dem Wandbild? Muss ich sieben Sachen sammeln? Wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu erforschen. Suchen wir zuerst nach dem Ei eines weißen Drachen. Der Baum, der in der Inschrift auf dem Wandbild erwähnt wurde, erinnert dem großen Baum von Babda. Alles klar, auf so einem großen Baum von Babda. Wo auch immer das jetzt ist. In den schwarzen Pesthauchs gewandt. Der weiße Drache kam aus dem Baum, befallen vom Pesthauch bis der Albtraum. Wenn der Wandarbeiten stimmt, dann ist das weiße Drache-Ei vielleicht im Großbau von Babda. Klettere den Baum hinauf und finde eine Versa-Pitru-Ei. Okay. Die ihnen die Monster jagen und die, die sie großziehen. Also echt, wenn man mal genug zurückblickt, dann merkt man, dass wir alle gleich sind. Ähm, okay, wo muss ich hin? Erstmal mit dir reden. Redans Leben in allen Details, wir müssen das genauer untersuchen. Aber wir, erstmal müssen wir das Ei des weißen Drachen finden. Wir müssen einfach nur zum Großbaum von Babda gehen, wie es das Wandbild besagt hat. Ja, wo ist dieser Baum? Wahrscheinlich der, wo Lidia steht. Können den Weg bei Lidia nehmen, um zum Großbaum von Babda zu gelangen. Ich weiß nicht, was uns in dem großen Baum erwartet. Ist dein Kampfbordel bereit? Da wird bestimmt einiges passieren, aber ich gehe erstmal speichern. Äh, ja, alt sind wir ja soweit. Und wie viel, okay, mein, mein Bonus dauert auch noch ein bisschen an. Wir speichern mal. Und dann wollen wir nochmal da Richtung Lidia gehen. Der vorne ist der große Baum von Babda, Leute. Äh, Lut. Na, wie ruhig, seid vorsichtig. Überlasst das Wandbild mir und überhaupt, was ist eigentlich das schwarze Grauen? Äh. Ja. Okay, rauf zum Baum von Babda. Großer Baum von Babda. Auch nö. Da fängt es schon direkt an. Ne, ich will noch nicht zurück. Katzerwahn, aber nett, dass du fragst. Äh, muss ich gegen alle beide jetzt kämpfen? Erstmal gegen einen. Zwei wäre hart. Ehrlich zu sein. Was brauchte ich nochmal für mein, meine Waffels weiterzuentwickeln? Brauchte ich Graviers Sachen dafür? Ich weiß, dass ich Graviers Sachen brauchte. Aber wofür weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das finde ich gar nicht mal so gut. Oh, Verteidigung Minus. Aber nur auf Wretha, nicht auf Loot. Trotzdem finde ich das nicht so gut, dass wir die Verteidigung gesunken, also dass sie gesunken ist von zumindest von Wretha, die Verteidigung. Okay. Der wird so oder so sterben. Ich hätte nur gewünscht, dass Loot ein bisschen schneller angegriffen hätte. Nö, da... Ich meine, ist cool und so und vielleicht ein anderer andersmal gerne, aber ich lasse dein Nest erstmal da, wo es ist und gehe da nicht rein. Wo ist denn der Bau von dem Crew-Pack-Go? Ich bin aus Versehen da hochgegangen. Hi! Hi! So, dann nochmal Feuerarten. Und dann ein Kraftsagen-Greif auf Crew-Pack-Go, auf den Kamesin-farmenen Crew-Pack-Go. Dann können wir jetzt gleich nochmal Feueratem einsetzen oder vielleicht sogar Feuerball. Ich weiß nicht, ob Feuerball töten würde, deswegen lieber Feueratem, weil dann haben wir in der nächsten Runde nochmal Feueratem. Nochmal mit Kraft. Ja, das hätte, glaube ich, nie getötet. Selbst wenn ich den Feuerball gewählt hätte. Nein, ich glaube nicht. Oder wahrscheinlich doch, weil das hier jetzt noch dazu kommt. Ja, es hätte getötet, aber woher sollte man das denn wissen? Stimmt mit Meditation. Ich meine, ich hätte es jetzt nicht schlecht gefunden, hätte es nur noch einen geholt. Noch einen Freund. Vielleicht einen Rathian, weil ich muss einen besiegen, verdammte Hacke. Wäre schön gewesen, aber naja. Ich will jetzt nicht wirklich hier weg, deswegen gehe ich auch nicht weg, aber ich hätte gerne mal gesehen, was ich für mein Schwert brauche, um es zu verbessern. Das ist noch so ein Crew-Pack-Go-Dingens. Wo kommst du denn her? Von da oben? Und das war sogar ein Überraschungsangriff. Damit habe ich... Also, das ist jetzt doof. Und da ist wohl die Verteidigung von uns denken. Ja, das ist ja wunderbar. Und ich hätte Loot teilen sollen außerhalb des Kampfes. Das wäre ja auf jeden Fall mal gut gewesen. Äh. Dann mach du mal Feuer-Arte. Ich hau mit Kraft drauf. Und noch mal mit Kraft draufhauen. Ich hätte schon gesagt, ja, geh weg. Das ist noch den Angriff von uns senken. Das hat aber, glaube ich, keinen getroffen. Ich meine, die Animation kam, aber keiner hat dieses Symbol dafür. Würde ich sagen, dass... Die zwar getroffen worden sind, aber das nicht passiert ist. Äh... 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 Okay, ich hab nicht die... MP wollte ich grad sagen. Ich hab die Bindungs nicht dafür. Uh, ein Doppelangriff. Fertig. Ich hab die Bindungs... Punkte dafür nicht. MP gibt's in dem Spiel nicht. Ich hab die Bindungs-Version. Hol, wenn, ein Wrathian. Oder stirb. Oder das. Jetzt müssen wir aber mal heilen. Mit höchster Eisenbahn. Ähm... Also, wir befinden uns hier und müssen da hinten hin? Alter. Das ist ja ein kleiner Weg. Ähm... Inventar. Oder... Vielleicht ist die Karte auch Bullshit. Weil ich hab schon öfter mal versucht, schlau aus ihr zu werden. Und das ist dann auch nie passiert. Kann ich denn... Beim Katzerwarn speichern? Ich denke mal, man kann nur da abhauen. Okay, da könnte ich eine Abkürzung nehmen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich alles einsammeln, was man so einsammeln kann. Was zur Hölle? Ach, so einer. Dich hab ich schon mal besiegt. Deswegen bist du jetzt nicht so das Problem. Also, du bist in der Stärke-Variante. So ein Ogre. Ein bisschen stärker bist du. Ähm... Er setzt mal Feueratem auf so einen großen Donnerkäfer ein. Und ich hau so auf einen großen Donnerkäfer ein. Ne, nicht auf einen Sinogra. Vielleicht kriege ich den auch glatt. Äh... So aber nicht. Ich dachte... Ja, das ist ihr Technikmonster sein. Das sind die meisten Käfer. Okay, er scheint ein bisschen stärker zu sein als normal. Äh... Setz du dann nochmal deinen Feueratem auf den großen Donnerkäfer ein. Und ich hau auf den Sinogra drauf. Mit... Äh... Ich bin nicht kalt. Ich wollte schon was mit Technik angreifen. Aber ist sowieso egal. Es gibt mir keine Konfrontation. Aber trotzdem, damit man sich ja so ein bisschen einblüht, benutze ich die Angriffe, die auch besser wären. Habe ich... Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht genug. Äh... Bindungskräfte. Donnerkäfer Schuss. Der holt für sich wahrscheinlich seine Donnerkäfer wieder. Oder macht er einfach nur eine normale Attacke. Ich würde Loot heilen wollen. Erstmal nochmal Feueratem. Oder gehst du auf Loot drauf, mein Freund? Ja, gehst du. Deswegen hau ich da doch lieber drauf. Mit Geschwindigkeit. Natürlich wird es ein Tech-Angriff. Und Loot ist gelähmt. Dann nochmal... Dann kannst du gar nicht einsetzen. Dann setzt Loot erstmal ein Rank ein auf sich. Oh, Loot. Was kannst du überhaupt, mein Freund? Du hast da schwach in der Gegend rumliegen. War noch nicht genug. Bindungspunkte. Bitte heil dich. Ich habe leider keine Salbe, die... Das... Oder ein Trank oder sonst was. Was das, äh... Wegmachen würde, die Dämung. Also ich hab... Nein, ich hab das schon. Aber nicht in... Den Kampfbeutel gerade. Äh... Feueratem. Ich hätte das doch lieber machen sollen. Weil das wäre dann ein Doppelangriff gewesen. Hätte ich, äh... Ihn einfach angreifen lassen. Einfach angegriffen. Angreifen gelassen. Oder... Keine Ahnung. Deutsch. Deutsche Sprache. Schwere Sprache. Äh... Feuerball. Kann ich mir nicht einsetzen. Ich geb mal Ratha in den Trank. Loot ist nicht mehr genäht. Gut. Ich mag ja Spiele, wo... Äh... Status... Äh... Was? Oh... Ach du Scheiße. Ich mag Spiele, wo Statusveränderungen nicht... ewig andauernd. Und der hat Donnerkäfer gerufen. Aber ich will trotzdem erstmal auf Xenogra gehen, ne? Ähm... Ich mach mal... ... auch Geschwindigkeit und hoffe... Ach Scheiße, die Bänder an. Auf... ... auf Dingens hab ich gehofft. Auf ne Konfrontation, aber dass er nen Kraftangriff macht. Er... Das war... ... meine Hoffnung. Muss ich Ratha jetzt mal schnell heilen. Green. Ja, ich heile Ratha trotzdem. Mal den wilden Feuerball auf... ... auf Xenogra. Und... ... Megatrank auf... ... Ratha. Bitte sei nicht gelähmt. Nein, Loot ist jetzt gelähmt. Aber ich meine jetzt Ratha, wenn er angreift. Dass er nicht jetzt... ... halt eben nicht angreift. Oh, fuck. Das könnte... Ja. Ist jetzt nicht allzu schlimm. Okay. Wilder Feuerball auf die Nogra wieder. Und... ... Loot haut... ... oder kraft einer der... ... Käfer Loot an? Nein, dann haut er auch auf... ... auf das Vieh drauf. Wenn er die immer wieder rufen kann... ... dann ist das doof... ... dass wir es... ... die Kleinen versuchen wegzumachen. Erst hat weh. Explosion. Ah ja, die können ja explodieren. Das habe ich ja komplett vergessen. Okay, dann müssen wir ja Loot mit dem Megatrank heilen. Da ist mal wieder Feuerball auf die Nogra. Und dann... ... ein Megatrank auf Loot. Ach, da ist... ... Megascheiße gerade. ... das war nicht gut. Dieser Feuerball nochmal auf die Nogra. Und dann... ... mit... ... äh... ... Geschwindigkeit. Bei einer Überladung? Nein, ganz bestimmt nicht. Bitte sterb doch endlich mal. Ja, wieder Feuerball finde ich gut. Sinogra greift mich an. Deswegen gehe ich da mit Geschwindigkeit drauf. Natürlich ist das ein Heckangriff ein. Das ist kackviel. Bitte jetzt noch die Käfer nicht auf mich. Das wäre... ... ganz dumm. Wieso greifst du? Weil ich nicht ausgewählt habe von selber, sondern... ... äh... ... okay. Ich hoffe, sie Nogra loot-stepp. Und du, heiß dich mal selber loot. Okay, dann habe ich da one. Das war auch... ... ein Krampf. Äh... ... ja, Feueratem. Und ich haue einfach drauf mit... ... äh... ... Kraft. Bitte sei schneller. Oh nein. Ratha sei schneller. Gut. Aber das ist auf jeden Fall schon geschafft. Meine Güte. Dann... ... setze ich im Inventar noch was ein. Nehme ich Lebenspuder? Nein. Lebenspulver? Nehme ich Staub? Nein. Weil die könnte ich mal einsetzen, also statt das Lebenspulver... ... oder das macht ja sowas von keinen Sinn. Ein Maxi-Trunk? Nein. Die Taliescence, genau. Äh... ... dann tue ich die Kaffbeutel nochmal überarbeiten. Äh... ... statt Lebenspuder mache ich... ... äh... ... Lebenspulver rein. Statt das blutige Steak, was keiner braucht, nehme ich so eine vitale Essenz mal rein. Okay, gut. Ja, und das Kraut könnte ich eigentlich auch mal so langsam rausnehmen. Äh... ... zuordnen. Nein. Tausch? Nein. Ah, ich könnte das, äh... ... in der... ... Reihenfolge reinhauen. Die ich gerne hätte. Okay, das... ... ist so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich beim Katzerwahn wirklich speichern kann. Deswegen versuche ich es nicht. Nicht, dass er mich außer Sehen einfach irgendwo hin verschleppt. Ich weiß nicht mehr, wie es bei normalen Katzerwahn war. Also bei ein... ... einwegigen, sag ich mal. Also den Kampf hätten wir, glaube ich, umgehen können, ... wäre ich mit Tigrex da hochgeklettert. Warte, ich sehe gerade... ... das ist ein... ... dann hier mal hoch. Ja, ich muss es reiten, ich weiß. Da kommt man gar nicht dran, äh... ... an das hier oben. Deswegen wird hier nur Lootbares sein. Und dann gehen wir nochmal zurück und gucken, dass an der anderen Stelle genauso... ... ob das genauso da ist. Wo geht's hier runter hier? Also ich bin mir sehr sicher, dass ich da... ... nicht abkürze. Und wenn, dann merke ich das ja und kann wieder abhauen. Ja, aber hier ist nur ein einzelner Käfer. Ja, okay. Ja, gut. Ein Donnerkäfer. Donnerkäfer sind jetzt nicht so mega geil, ... weil man sie bei Kämpfen gegen... ... Dummer. ... gegen Donnerkäfer auch bekommt. ... äh, okay. Also mein Donnerkäfer während Kämpfen... ... gegen Donnerkäfer, ja. Ich hab's richtig gesagt. Lass sich nur mega dumm an. Ich dachte schon, ich wäre jetzt hier eingesperrt. ... für einen Moment. Habe ich das gedacht. Äh, warte mal. Wo geht's hier längs? Da geht's hier längs. Die Mauerkäfer können mich mal... ... sind wir bald oben. Wir sind auf jeden Fall innerhalb des Baumes. ... da ist ein Fassfeline. Feline. Ähm, jetzt mal den Feuerball auf das Fassfeline. Und ich... ... oder einen Kaff drauf. Flucht gibt es hier nicht. Gibt's gute Erfahrungspunkte. Obwohl, sind das jetzt wirklich noch gute Erfahrungspunkte? 11.500. Ist das noch so viel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... ... oder 12.000 sind's mittlerweile. Ähm... Okay, Ratha hat jedenfalls ein Level gelernt. Und hat zum... ... Abdrücke. Keine Pässe. Ja, nur Abdrücke gab es. Dafür. Dann greift mal den hier an. Greift einmal Loot an. Okay, ihr seid Geschwindigkeitsmonster, deswegen hau ich da mit Technik drauf. Die Große abgekürzt haben. Große. Dann Feueratm auf den da. Und auf den da mit... ... äh... ... Technik. Bitte... ... sehr schneller Loot. Danke. 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 So. Oh, da ist ein Berg. Waren wir jemals auf dem Berg? Sind das die Pontri-Hügel? Moin. Ich könnte ihn jetzt einfach liegen lassen, aber wo sind wir denn hier? Das sind Monster-Teile, die hier einfach rumliegen. Ach du Scheiße. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so gut. Der ganz rechte ist jetzt nicht so das Problem. Deswegen mache ich den jetzt mit der Feuerart weg. Aber die anderen beiden... Ich gehe jetzt mal auf den Kungalala. Ich weiß nicht mehr, was das für Monster waren. Aber es waren glaube ich Kraftmonster, ne? Den Konga mache ich jetzt weg. Der ist einfach. Okay, dann auf den Kungalala. Auf den konzentrieren wir uns auch gerade. So ein bisschen. Boah, Blocken ist mir egal, weil wir gehen nicht auf dich. Ach, PS Atom hat nur eine random Fähigkeit. Ich dachte, das wäre immer Gift. Aber diesmal was Elektrizität. Also es hat wahrscheinlich immer eine random Fähigkeit. Ja, mach ruhig aus, weil ich eine Pose. Wenn ich zwar kacke. An und für sich. Aber besser als nichts. Wird besser, wenn du die ausweischende Pose zuerst machst, bevor alle angreifen. Gut. Immer noch nicht genug. Aber das kriegen wir auch davon, dass wir ein schlafendes Monster angreifen. Was wir auch leicht gehen hätten können. Aber ich bin ja heute dafür schon zufrieden, dass der Smaragd-Konga-Lala das nicht wirklich angreift. Sondern Schwachsinn macht. Okay, gut. Was sollst du denn dem gehen? Das geht auch daneben. Okay. Vielleicht haben wir das viel schon down. Das hat nicht mehr als so viel Leben. Okay. Ah, schade. Dann würde ich sagen, Ratha, du gehst auf den da. Er bleibt... Weißt du was? Ich gehe auch auf den Smaragd-Konga-Lala. Äh, und hoffe, dass der... Ah, kacke. Einen Kraftangriff macht. Hätte ich jetzt gehofft. Das wäre sehr gut gewesen. Aber... So wollte es nicht. Okay, dann... Greifst du mal... Damit wir auf jeden Fall sicher sind, dass der Konga-Lala tot ist und du nicht irgendwie was anderes angreifst. Mach das mal. Und ich setze Megatrank auf Ratha ein. Es war ein bisschen früh, der Megatrank, aber was soll's. Ich wollte jetzt keinen normalen Trang einsetzen, weil das fand ich ein bisschen zu wenig. Und die Bindungspunkte... finde ich gerade sehr verschwendet, aber naja. Geht auch daneben. Nein! Ich dachte, weil er so weit entfernt ist, würde das daneben gehen. Dann machst du mal den Feuerball. Und ich hau da mit, äh, Kraft drauf. Nach Bauchblocken bitte, nachdem wir angegriffen haben. Okay, dann mach ich... Dann mach ich das folgendermaßen. Du machst die Ausweichpose, weil wir können den sowieso gerade nix anhaben. Und ich mach, äh... Was macht den Fokus? Oh, boah, Koffer. Anfeuern. Der Angriff, der verwöhnen wird, eine Runde lang erhöht. Ja, dann machen wir mal anfeuern. Ich weiß nicht, ob das für die Runde ist, oder für die nächste. Also, der Angriff ist immer noch erhöht. Wieder Feuerball. Oh Mann. Das geht daneben. Ja. Der hat zu kurz geruckelt. Find ich nicht gut. Bauchblocken nervt so hart. Ich glaub, dass es sowas von egal bei der Bauchblocken eingesetzt hat. Ja. Hat halt nur Bindungspunkte gegeben, ne? Äh... Ausweichende Pose. Hat er dort noch das Bauchblocken-Zeug? Ich weiß nicht. Ich mach aber trotzdem das, was ich gerade eingesetzt habe. Auf... Äh... Nicht... Hab ich Fokus eingesetzt? Ich wollte anfeuern. Nehmen. Auf Ratha. Mann. Das verzögert doch nur alles. Ach, ey, ist doch scheiße. Ich schreibe dir mal. Und schau mal, ob das, äh... Bauchblocken noch funktioniert? Ja. Weil ich dachte, weil wir denn gerade Schaden zugefügt haben, äh... Dachte ich, dass... Wir vielleicht noch mal Bauch... Also, das Bauchblocken jetzt weg wäre. Äh... Ich setz Kraft ein. Gut. Das war wichtig. Und jetzt der Bindungsangriff. Und jetzt der Bindungsangriff. Kann sich auch in den Bau verziehen. Ich würde nicht hinterher kommen. Weil das will ich erstmal nicht. Ich will erstmal wirklich, äh... die Hauptkasse wirklich weiterverfolgen. Mir sind Monster-Bauer so egal gerade. Ganz Zeit neue Rider-Gar... Äh... Bäh. Rider-Karten-Titel. Ganz Zeit neue. Ähm... Ich heil trotzdem mal. Ich bin mir jetzt nicht so mega sicher. Ähm... Wie es mit unserem Leben ist. Ich guck mal, ob ich Blaupilze habe. Nee, nicht im Kampfbeutel, sondern kombinieren. Ja, Tränke kann ich noch mal ein paar machen. Okay. Okay.